Ja, ob und zu ist hier die Reihe. 1, 2, 3. Ne geht nicht. Ja. Ich versinne es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Jawollo. Also habe ich da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, Ich hab's nicht mehr raus. Ach, drüben, nicht unten. Hihihihihi Was denn? Keine Ahnung, ob das reinvoll lustig gefunden hat, dass unten gescheit rausgesst. Weil ihr Kindyspingen. Haha! Wie so blöd. Oh, boah. So. So, jetzt kann die Erde aufwärmen. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen hübsch machen. Und so. Und so. Da. Ah. Ah, mit Erde einsammeln. Ist auch ein Rache gut, auch wenn ich irgendwas mit 80.000 davon hab. Wenn ich mir so anschaue, wieviel ich hier noch einpassen muss, dann bezweifle ich gerade, dass die 80.000 reichen. Ich weiß, dass du das nicht annimmst. Aber du kannst immer Erden von mir haben. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Okay. Das hat nicht gepasst. Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen so angehört, als ob ich mich angstiegen hätte. Ich hab's gewusst. Das ist klar. Ich hab's gewusst. Bisschen einfach ein Lied. Jo. So. Ich brauch noch mal. Ach so. Halt. Da. Äh, slides. brauchen wir noch mal die anderen Snips den mach ich dir jetzt irgendwie cool fest, gar nicht mit mir stein holen müsste den anderen mal nachher mal braten so stein ich weiß nicht, ob ich mir einpflanzen soll oder nicht oder welche weg machen soll ja, Oli ist so kompliziert Klaffen ja für mich ist es leider gerade auch nicht besser ja doch, dass der Käse ja Slaps sind muss ich das komisch einbauen komisch war nicht wirklich komisch komisch, komisch ist das komisch ja 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 es geht einigermaßen ich brauche treppen ich kann aus normalem stone keine treppen machen aus ganz normalem stone jetzt ja schön das ist auch gar nicht komplett anders ausschauen so die stones lab sie heute schon kackt aus mein kopf ich bin damit nicht zufrieden ich bin chef sprüchen so habe ich immer noch dirt ja warum sind alle bienen die krücken nutzlos ich schätze doch was soll das da mal gedanken mache ein bisschen stein noch ein bisschen stein jetzt war ich gespannt ob ich diese machen kann ich habe ich habe ich die so jetzt muss ich irgendwie die brücke auch schön machen ich werde jetzt so lustig weil jetzt sind fucking slabs ich mag keine slabs hm-hm ach das ist mal dieses warum hast du gerade ein durchbruch ich glaub das wird nicht gut aussehen ja wusste ich irgendwie ich halte kacke mit mit kacke das war der falsche blog ja Was machen wir mit den scheiß Flips? Ich hab schon mal gesagt, dass ich Slaps nicht mag. Hast du irgendwie vielleicht ein Musikbeiläufiger Video? Scheiße. Ich könnte... Kann ich aus denen... Was kann ich denn aus... ...basiert... ...bricks alles machen? Nicht so viel, wie ich mir gerne erhofft hätte. Aber ich hab ja noch mein Spruce-Wood-Ding. Das ist eine Tür. Brauche ich dafür... ...die Lots? Ähm... Ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm... Da. Pferdestel. Wie macht man denn... ...ein Deko-Crafting-Kit? Ja, natürlich. Das hab ich, glaub ich, zu Hause. Okay. Brauch dafür aber nochmal Darkwood. Hab ich noch ne Axt? Nein, ich hab keine Axt mehr. Hier... Hier irgendwo ne Axt. Ja. Hier fast kaputt ist. Das ist ja super. Okay. Jetzt noch das anderes. Ja? Ich weiß nicht... ...was ich machen soll. Also... ...ob ich jetzt die Bienen auf welche Farben... ...äh... ...breiten soll. Oder... ...auf das... ...schnelle und längere Leben. Das weiß ich leider auch nicht. Die Bienen ist gut. Breiten soll mal auf... ...schnellen... ...besser... ...besser... ...einfach besser. Becher. So... Damit gehen wir jetzt wieder zurück. Dann... ...sortieren das mal. Hier... ...hier... 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 Das war jetzt irgendwie ein bisschen schneller, als er wartet. Aber du musst jetzt trotzdem kurz warten. Scheiße. Eins, zwei. Mehr. Zwei. Und eins, und zwei. A little bit. Ja. Alrighty. Hm. Okay. Ich brauch Stickies. Und wird mein Fuß kalt? Aha, weil da keine Deck ist. So. Ich brauch Stickies. Hab ich hier nicht irgendwo da reingepackt? Ja, da. Hier vielleicht brauch ich mehr Stickies. So. Boah. Boah. Hm. Okay. Ich brauch wieder Erde. So. Ja. 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 Das ist alles so kompensierend. Ich versteh's nicht. Du schaffst das Hause. Hm, ja. Irgendwie. So. Oh, gut. Jetzt brauch ich noch mal... ...den Skate. Und ich brauch mehr Stickies. Und noch mal viel mehr Stickies. Oh, Alter. Mach ich's gut. Ich bin vielleicht zu schrocken. Ich hab die Zauntore platziert. Und beim Platzieren hab ich auch versehen, das daneben getriggert. Und das dann auf einmal aufgegangen. Hehe. Ja. Der wird natürlich da erschrocken. So. Jetzt nochmal. Gates. Ah. Gates. Zack, 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 zack. Und es gibt doch... Ed Fairy. Da. Da. Dann nehme ich einfach... ...diese Hanging Lights... ...oder diese... ...Tissel... ...gelande da. Und pack sie von da nach dahin. Und dann schaut's aus, als wären das Seite drin. Ich bin voll klug. Ubi-so-ka, elu-ka.